Welchen Einfluss Lobbygruppen auf die Gesetzgebung haben, das ist in Deutschland nicht transparent. Das stellt Transparency International fest im neuen Korruptionsindex. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland trotzdem recht gut ab mit Platz 12 von 177. Besonders vorbildlich werden demnach Dänemark und Neuseeland wahrgenommen. Am korruptesten zeigen sich Afghanistan, Nordkorea und Somalia. Im europäischen Vergleich liegen Griechenland und Spanien auf den hintersten Plätzen.